Gehst du regelmäßig mein Pedibus matt? Ja. Möchtest du Spaß? Ja. Findest du der Pedibus eine gute Idee? Ja, dann möchte ich so an dem bisschen den Bein mehr Muskeln. Ja, und hörst du dann auch eine Freundin, die dann mein Pedibus matt geht? Oder hörst du da nur keine richtig Fremden, die macht. Wird so richtig, oder? Nein, nein. Ich möchte eigentlich einen Spaß. Ja. Möchtest du regelmäßig mein Pedibus matt? Ja. Möchtest du Spaß? Ja. Könntest du den Pedibus an den Titel sehen? Ja. Wirst du am Pedibus auch fremden? Ja. Gehst du regelmäßig mein Pedibus matt? Ja. Ja. Möchtest du da Spaß? Ja. Findest du den Pedibus eine gute Idee? Ja. Aber wieso? Nein, ich möchte das tun. Wirst du doch ganz gut machen? Ja. Okay. Gehst du nächstes Mal Pedibus matt? Nein. Wieso? Weil. Wirst du da für Spaß? Doch, meinst du? Ich geh mehr auf der Willen. Ich fand, dass Philippe Pedibus eine gute Idee ist. Ja. Aber wieso findest du denn eine gute Idee? Ja. Weil, irgendwann verschmutzt du dich.